Und dann, wenn wir damit durch sind, gehen wir wieder hier rauf, in der Hoffnung, dass wir die zweite Educational kriegen. Oh mein Gott, Breakthrough. Oh, da ist Educational dabei. Wunderbar, dann haben wir zwei. Großartig, jetzt baue ich nur noch das hier. Oh, Erdbeben. We have a magnitude of a story. This morning, the post, the post, the most powerful earthquake ever recorded in Texas was centered near the town of Valentine. The tremble lasted 72 seconds and turned the town upside down. We should send some reporters now and document this disaster. This will surely rock our readers. Oh mein Gott. Ja, guck mal, Educational, wunderbar. Äh, was dauert denn am längsten? Das hier. Jo. Und du nimmst... Ist eigentlich egal welche. Du gehst mal zur Church. So, Shit, Educational fehlt mir jetzt. Aber das ist nicht so wild. Oh mein Gott. Exclusive. Nochmal so ne geile Story. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Okay, äh, Shit. Ich hätt das hier erst machen sollen, ne? Warte mal, ich mach mal die hier. Weil die ist zeitlich nur noch 8 Stunden da. Komm schon. Wunderbar. Und die ist auch da. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz überlegen. Scheiße, ich brauch immer noch hier das, ne? Und wir haben schon Donnerstag. Oh mein Gott. Scheiße, Alter. Oh, und die brauchen zwei, zwei, zwei Target-Story. Ich glaube, das, das schaffe ich nicht in Garfield. Okay. Haben wir das geschafft, oder haben wir das nicht geschafft? Okay, haben wir geschafft. Sehr gut. Weil die Story nicht mehr zu lesen war. Aber wir haben sie. Erst halt nur die Frage, ob wir so noch reinkriegen in die Zeitung. Also, die kriegen wir auf gar keinen Fall rein. Ja. Oh mein Gott. Chief of Winds. Die muss bitte priorisiert werden. Zweieinhalb Tage. Oh, das könnten wir gerade so noch schaffen. Und dann haben wir es. So, dann nehme ich jetzt noch die fetten Stories mit. Hier werden wir wieder verklagt. Nee, wir werden wir nicht. Sehr gut. Also, ich muss sagen, wir haben wenig wirklich... Also, wir haben wenig Geschichten. Dafür aber sehr, sehr krasse. Die kriegen wir zumindest alle schon vor Ort ermittelt. Äh, warte mal. Haben wir genug Papier? Ja, 700. Okay, dazu kommen wir gleich. Äh. Stunden. Keine Ahnung, ob wir die schaffen. Die ist unwichtig. Die sehe ich auch nicht. Zumal wir es jetzt noch Samstag haben. Also, jetzt nehme ich nur noch Geschichten, die wirklich noch ein bisschen interessanter sind. Scheiße, Alter. Warte mal, ich mache mal die Zeitung soweit fertig, wie ich sie jetzt habe. Also, das ist Number One. Fuck, die schaffe ich nicht rein. Oh, das wäre Bombe, ne? Das wäre ja hier Bombe. Würde ich die noch dazu bekommen? Was heißt denn dieses Schloss eigentlich? Und wenn ich das rausnehme? Scheiße, ich lasse mal den Tag durchlaufen. Unwichtig. Wir haben immer noch 10 Stories. Ne. Ich würde, wenn dann, nur auf Goldene noch gehen. Die ich mir vielleicht noch sichern kann. Dafür gibt es ein Item. Das würde ich gerne mitnehmen. Unwichtig. Zumal hier auch im schlimmsten Fall ich wieder Straf zahle. Investigative. Was, wenn ich das rausnehme? Dann ist doch die Story fertig, oder? Okay, sehr gut. Dann kann ich ein bisschen tricksen. Was fehlt hier? Da fehlt das Goldene, ne? Ja, das machen wir auf jeden Fall weiter. Das machen wir auf jeden Fall weiter. Ähm, Sport. Sport. Irgendwas mit Sport. So, warte mal. Wir brauchen Educate. Oh, doch haben wir beide fertig. Ein Glück. Oh, ein Glück, ey. Sehr schön. So, dann sind wir damit fertig. Dann brauchen wir noch... Das ist super ärgerlich, aber wir müssen es machen. Damit ich die Zeit, also damit ich die Ziele erreiche. Das ist jetzt einfach nur noch zusammen klatschen, was ich überhaupt noch finde. So, die Ad kommt rein. Hat das Ausflugung? Ja, Minus. Na, dann kommt es doch nicht rein. Ah, ich glaube, ich muss das mit den Werben machen. Äh, wow. Mit den Werben. Mit den Werbungen machen. So, ich würde wirklich gerne Breakthrough machen. Ach, und ganz ehrlich, ich glaube, die schmeiße ich alle weg. Ja, das war ein Versuch wert, aber no. Das ist die einzige Nichtbehalter. Ähm, 57... Äh, 57. 47.000 ist trotzdem okay. Gut. Wir drucken. Und machen auch nochmal durch die 2.500 Werbung richtig Asche. Das ist hervorragend. Successful Showdown. Wenn winning ist nicht alles, warum do they keep score? Education ist die most powerful Weapon, which you can use to change the world. Ah, hier die Ad Revenue macht es halt. Oh, und das ist natürlich auch hier exklusiv. Garfield. Now, this is Education. Ich bin sicher, diese poor Freunde haben gelernt ein oder zwei. Sehr gut. Hm, 3% nur? Warum ist er denn eigentlich schon Senior? Waren die Humble's jetzt auch? Eieieiei. Paper Storage. Paper Storage. Portrait Frame. Machen wir mal. Hanging Plant. Oh mein Gott. Ja, auf jeden Fall. Coffee Machine haben wir und die haben wir auch. Okay. Wo gehen wir als nächstes hin? Ich sollte mich nach dem orientieren hier. Nach Breakthrough. Das heißt, wir brauchen einen, oder wir könnten einen Fünfer nehmen. Und ich brauche ihn nicht. Nee. Nee, nee, nee. Ich brauche ihn trotzdem. College Point wäre schön. Boah, das sind alles Unterkategorien. Das ist hier schwierig. Ich könnte, äh, Kony 1 mit mir holen. Machen wir mal. Crime, Sport und Defeat. Das ist easy. Print no old news. Und für jeden Entertainment. Machen wir mal. Äh, ja, gut. Wir müssen die Story wegschmeißen. Die ist eh unwichtig. Also, das haben wir erfüllt. Also, Entertainment. Crime. Sport. Und Politik. Machen wir es erst mal so. So, also, ich kriege Rabatt. Oh ja, wir kriegen richtig viel Rabatt. Machen wir uns gleich mal 600 Papier. Achso, und? Warte mal. Ads. Ads machen wir gleich als allererstes. Äh, wir sollen ja gehen auf Sport. Somersault. Sportswear like no other. Arlington Gloves. Können wir beides vielleicht machen. So, dann. Das ist unwichtig. Und... Wir gucken mal, ob wir das Hanging plant. Also Portrait Frame erst mal. Okay. Äh, und Hanging Plant. Und... Wow, die bringt ja fast gar nichts. Ach, scheiße. Ich wollte überlegen, mir den fünften Telegraphen zu holen. Ah, das habe ich vergessen. Paper Storage. Das würde so Sinn machen, das hier hinzusetzen. Es ist scheißegal. Den Paper Storage machen wir später irgendwann. Der würde natürlich hier super passen. Aber ich habe ja hier ein großes Regal. Das passt noch. Alles gut. So, jetzt. Äh, wo konnte ich nochmal die... Äh, die Dinge kaufen? Hier. Ach, das ist shit. Genau, einer fehlt. Na gut, dann machen wir das. Später. So. Äh, das ist alles... Die heutige Zeitung uninteressant. Ach, genau. Und hier wollte ich das, äh, neue Objekt nur haben. Okay. Gut. Also, Papier kommt. Hm, okay. Das macht absolut Sinn. Dass wir da mal neue Lampen reinhängen. Oh, schön. Warte mal, dann machen wir es mal anders. Ist egal. Das ist mir hier. Dann kommt das hier in die Mitte. Und die Lampe kommt hier hin. So. Gut. Spott. Oh, nochmal so ein Artikel. Breakthrough. Bräuchte ich beides dann aber. Okay, wir gucken mal. Jo, danke. Der ist auch super uninteressant für mich, ne? Ja. Der kommt weg. Jo, danke. Nächste Sportnachricht. Ist leider auch uninteressant für die Woche. Ich hab ja noch 17. Also, irgendwann muss ich halt welche machen, aber... Solange ich es mir erst mal noch aussuchen kann. So, das sollte passen. Ja, den Rest könnt ihr jetzt mal selber hochtragen. Boah, das ist auch ein ganz unwichtiger Artikel für mich. So, hier machen wir weiter. Wie gesagt, hier mach ich es nur fürs Objekt. Briben? Naja, auf gar keinen Fall. Politik und Sport und Crime. Ich mach mal das kurz raus. Mann, das sind alles die falschen Sachen. Ist die Edge schon fertig? Ach, die muss dann auch unten in die Dings gegeben werden. Ah, verstehe. Ja, wunderbar. Endlich mal ein Artikel, den ich brauche. So, das heißt, wir können Politik und Sport raus machen. Und machen jetzt nur noch Crime und Entertainment. So, bei die haben wir erst mal die Artikel. Da haben wir unseren Crime-Artikel hoffentlich. Jawohl. So, den können wir wegmachen. Und den können wir jetzt auch wegmachen. So, wunderschön. Sehr, sehr schön. Wanted. Können wir ein bisschen Abwechslung reinmachen. Ja, einen schnellen Crime-Artikel. Wollte ich fast ausnehmen. Plus eins. Ja, ist okay. Ja, komm. Zehn Stunden, schnelle Geschichte. Entertainment, den brauchen wir für Sie. Für jeden gibt es 500. Also, wir machen noch mal ein bisschen... Ich mach' einen Crime-Artikel noch. Wir müssen das mal so ein bisschen in Kategorien aufteilen, dass wir so vielleicht jede Seite... ...dann bearbeiten. Oder jede Seite zusammenstellen können. Also, Entertainment brauchen wir auf jeden Fall noch einmal. Nicht der beste Artikel, aber erstmal besser als gar nichts. Und den können wir theoretisch auch nutzen. Das ist Sport. Das ist Sport. Ich bräuchte noch einen Sport-Artikel. So, ist da eh durch. Äh, genau. Einmal Crime brauche ich auch noch. Dann haben wir Sport, Sport. Vielleicht noch ein Sport-Artikel. Crime, Crime. Entertainment, Entertainment. Politik, Politik. Dann hätten wir alle vier Seiten. Kann ich die eigentlich sortieren? Nee. Ah, wunderbar. Da könnte unser dritter Crime-Artikel sein. Da gibt's auch diese Woche nicht mehr. Und Sport-Artikel. Jetzt müssen die halt alle nur noch fertig werden, ne? Das ist eigentlich das größere Problem. Warte, war Sport nicht auch durch, oder? Sport, Sport, Sport. Ja, Sport wäre ich theoretisch auch schon mal fertig. Äh, so. Also, Crime, Crime, Crime. Politics, Politics. Einmal Politics noch. Gibt's nicht mehr. Ärgerlich. Oder Entertainment. Und... Wirtschaft würde auch noch gehen. Da waren ja noch vier. Nur Society? Aber die Woche gar nicht, ne? Nee. Society können wir diese Woche uns... äh, klemmen. Ja, das ist noch mal ein schöner Artikel. Wirtschaft würde ich auch nehmen. Dann hätten wir da nämlich auch drei. Ja, neue... Zweite Werbung schaffe ich nicht. Der ist unwichtig geworden. Da haben wir schon genug Storys diese Woche. Normaler Wirtschaftsartikel? Nee, das sehe ich auch nicht. Können wir uns die Kapazitäten sparen? Das war eine halbwegs vernünftige Woche. Also, eine halbwegs durchdachte Woche. Und wir können auch schon mal so ein bisschen was zusammenstellen. Also hier erste Seite wird auf jeden Fall Wirtschaft. Ach genau, da fehlt mir leider die zweite. Könnte aber auch Sport werden. Also hier hat man noch einen Wirtschaftsartikel. Ich weiß nicht, ob der fertig wird. Sollte er. Ja, und da muss ich mir überlegen, was ich da draus mache. Ähm. Dann machen wir für einmal eine Crime-Seite. Guck mal, jetzt auch nochmal Wirtschaft. Das ist doch großartig. Sehr gut, die passen auch schon mal auf die erste Seite. So, zweite Seite. Also auf jeden Fall Entertainment brauche ich. Da kriege ich aber leider auch nur zwei zusammen. Achso, der ist noch nicht fertig. So, da war auf jeden Fall nur eine Sportseite. Ich hoffe, dass die fertig werden. Und auf die letzte Seite packen wir Crime. So, da hätten wir noch Politik. Politik könnte man auch hier rein machen. Oder man macht so eine Sportseite. Ja, okay, wenn die beiden fertig sind. Ja, okay, wir gucken mal. Also prinzipiell brauche ich keinen neuen Artikel. Außer das sind jetzt wirklich Pumpenartikel. Okay, wir haben auch schon gar keine Möpfe die nächste Woche. Dann können wir jetzt eigentlich durchpowern. So, wunderbar. Dann sind auch schon alle durch. Okay, also erste Seite. Der Economy-Artikel noch. Sehr gut. So, dritte Seite wird Sport. Da ist Crime. Macht das einen Unterschied? Nee. Und E-Entertainment. Ich glaube, das macht einen Unterschied, ne? Das macht keinen Unterschied. Okay, na dann ist er noch besser. Okay, und das macht auch keinen Unterschied. Nee, wunderbar. Ja, gut, da können wir uns überlegen, ob Fishy Doomed at Embassy oder Indianapolis Judge Unreliable, ob das reinkommt. Aber prinzipiell ist es Banane. So, das ist auch nur ein Bronzenartikel. Können wir also auch löschen. Ja, großartig. 47.000. Alles erfüllt. Keine alten Sachen, sondern nur neue. Ich bin super zufrieden. Ich würde die Zeit trotzdem weiterlaufen lassen. Und wir holen uns schon mal wieder ein neues Papier. Alter, hier liegen ja noch nass Sachen unten. Müsst du auch mal einsortieren, meine Lieben. So, wir sind hier drin. Ja, reicht aus für die Woche. Ihr könnt euch hier alle nochmal erholen, deswegen lasse ich das jetzt gerade laufen. Beziehungsweise macht ihr hier hoffentlich auch mal sauber irgendwann. Sehr schön. Ja. Ich brauche unbedingt eine 6-etage. Wirklich die 6-etage. Ich habe mir überlegt, ob es stimmt oder nicht. So, erholt euch alle bitte. Wunderbar. Letzte Chance. Aber die Zeitung ist soweit fertig. Alles grün. Und wir drucken los. Dö, dö, dö. 47.000 verkaufte Exemplar. Sports do not build character, they reveal it. Wow, never had such a breakthrough before. Yeah. 9.400 Dollar. Plus Ads, plus Hidden Agenda. Das würde uns die 6-etage bringen. Wenn wir keine Angestellten hätten. Graves End. Und ah, a breeze of fresh air. How magnificent. This will serve as an example to remain positive in dark times is of great importance. Sehe ich ähnlich. Sehr gut. Stufe 2. Oh, das sieht nur nach 1% aus oder so. Und nur Douglas Davis steigt diese Woche auf. Okay. Können wir mitnehmen. Coney Island. Gucken wir uns morgen an. Erstmal herzlichen Dank fürs dabei sein. Schönen Abend euch. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann alle morgen entspannt wieder bei Newstower. Würde mich sehr freuen. Gerne auch abonnieren. Und das Däumchen nach oben drücken. Das würde mich auch mal freuen. Ne? Vielen Dank. Bis morgen. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020